ich habe den greifer noch nicht gedreht ich rede jetzt schon wieder starten und das war's und das spiel ist noch nicht beendet ja das war unsere karte ich zeige dir nochmal ein vollbild so sieht es aus wenn man eine rakete starten möchte im ziel box style das hier unten das könnt ihr ganz groß wegblenden lassen und ja und vielleicht kommt noch mal ein video wenn wir das spielbänden